E-Viva Neo X Unser Meisterstück ist das E-Viva Neo X, dank seiner einzigartigen Rahmenkonstruktion. Unser Ziel dieses Velo war es, einen Tiefeinsteiger so zu konstruieren, dass er eine perfekte Laufruhe bietet. Das Kernstück dieses Rahmen ist die Torsionsbox und der selbst entwickelte Steuerkopf. Die Torsionsbox leitet die Kräfte der Motoraufhängung ab und verstärkt den Rahmen durch seine One Piece Konstruktion. Die direkte Kraftübertragung und die Hochsteifigkeit werden durch die doppelten Kettenstreben erreicht. Der Steuerkopf besteht aus einem Stück. Das erhöht die Laufruhe und sorgt für eine sichere Lenkbewegung. So können Sie sicher mit einer höheren Geschwindigkeit auch durch engere Kurven fahren. Die neue Stollenbereifung auf dem E-Viva Neo X gibt dem Velo nicht nur sehr viel Komfort, sondern sind auch greifig im Gelände. Für die integrierten Racktime-Git-Packträger finden Sie eine grosse Auswahl an Taschen und Kurven. Unser Fazit ist also Schweizer Ingenieurskunst für die heutige Mobilität. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.